Was geht, Leute? Mein Name ist Arnold Fox. Willkommen bei House of Da Vinci. Ich hab Kattentext vergessen. Folge 15, die letzte Folge, beziehungsweise ich hoffe, dass ich in dieser Folge mein Gebot erfüllen werde, in 15 Folgen dieses Spiel, House of Da Vinci, Episode 1, zu beenden. Wir stehen direkt vor der Zeitmaschine. Eigentlich genug Zeit, in einer Folge das zu schaffen, zu bewerkstelligen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Genug. Ich bin verpeilt. Och Gott. Let's fucking do this. Gott, hat mal ganz kurz mein... Mein Name ist Vinci. Willkommen bei House of Da Fox D. Ey. Ihr wisst gar nicht, was in meinem Kopf da gerade vorging. Ich hab meinen Namen gesagt und er war einfach so toten leer in meinem Kopf. Ich hab's einfach nicht gebacken bekommen. Hm. Ist ja immer schön, wenn du vorbeischaust, Ron Goss. Freut mich auch immer sehr. Vor allem bei diesem Chaos, bei dem Schwachsinns-Tag, bei diesem Verpeilteilt hier, mit dabei zu sein. Gar nichts, so wie das aussah. Gar nichts. Ja, das war einfach so eine richtige Leere in meinem Kopf gerade. So. Was ist das jetzt hier? Mach mal Feuer an jetzt. Okay. 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 Ah, da tut sich was. Wir müssen das Ding voll machen. Okay. So, können wir es jetzt anzünden. Immer noch nicht. Da tut sich nix. Was hat denn das jetzt gebracht? Und oben ist auch noch nix. Ich glaube nämlich, wir können da die Apparatur noch gar nicht betätigen. Wollten wir nicht das ganze Ding eigentlich drehen? Weil eigentlich hatten wir ja hier das da. Aber vielleicht muss ich das einfach in entgegensetzter Richtung. Ich hätte gesagt, mehr Druck. Mehr Druck. Ich habe ja schon Maximum aufgepumpt. Wir sind in der Mitte Stellung, gehen dann nach links. Ein Hebel. Den Hebel nach unten und nach oben. Ah, damit es nach links übergeht. Und dann hier am Fußdingens. Können wir... Nee, es fehlt uns noch ein Hebel. Wir haben noch gar keinen Hebel. Ich bin sowas von geladen hier. Ich wollte es eigentlich jetzt gerade so sagen, dass es sich nicht falsch anhört. Aber egal, was ich sage, es hört sich falsch an. Okay, also noch mehr Druck. Mehr Druck, als ich schon habe. Oh, oh, da geht ja sogar mehr rein. Sibi hat recht. Geht da noch mehr? So, wahrscheinlich hier eine Anzeige habe ich nicht richtig geschaut. Okay. Das war nicht mehr zu retten. Nee. So, aber jetzt. Jawoll. Vollgas hier. Das war wahrscheinlich jetzt richtig. Aha. Da dreht sich jetzt auch was. Und noch mehr. Oh. Das war falsch. Okay, noch mehr. Mehr Dampf. Bei Feuer muss ich immer an Starcroft denken. Die Feuerfresser. Ich habe die geliebt. Das waren meine Helden. Wieder auf dem Reihenfolge. Ja, ja. Die Reihenfolge wahrscheinlich. Dann gucken wir einfach mal. Nee, nee. Ich glaube, der eine war schon richtig. Deswegen belasten wir es bei einem. Vielleicht ist der ausreichend. Gucken wir uns mal von oben nochmal alles an. Was sehen wir denn hier? Okay. Die anderen müssen wir auch zum Drehen bekommen. Aber es dreht sich immerhin schon mal eins. Und dann ist ja hier dieser Kasten, glaube ich, aufgegangen oder irgendwas ist da passiert. Nee, nur teilweise. Okay. Sehen wir hier mehr. Also doch eine Reihenfolge. Nacheinander anzünden, ohne dass es ausgeht. Ja, ja. Ich wollte jetzt einfach mal nur durchchecken, ob wir vielleicht bei einem, bei einer Flamme schon etwas interagieren können. Aber dem war nicht so. Also muss ich jetzt wirklich hier ausprobieren, welchen ich anzünden kann, ohne dass es ausgeht. Gehen wir mal von dem aus. Der ist es nicht. Okay. Ansonsten haben wir ja gerade keinen Hinweis darauf, welcher. So, dann nehmen wir mal den da. Der ist es auch nicht. Also wieder Full Power. Der ist auch nicht. Ich glaube, Nummer 3 hatten wir schon getestet. Dann kann es ja nur noch Nummer 2 sein. Oder hatte ich Nummer 2 getestet? Das ist egal. Wir probieren einfach alle aus. Hier und Nummer 3. Aha, okay. Ähm, es sind ja 6 Stück. 5, 3. 5, 3. Ne. Taggemole! Kannst du doch nicht kaputt gehen. Hä? Einfach kaputt gegangen. Ich war es nicht. Oh Gott, das zahlt nicht die, das zahlt die Versicherung bestimmt nicht. Okay, aber auf jeden Fall sind es 5, 3, 6 nicht. Alles macht der Mann kaputt. D. Ja, ich habe das nicht inworfen. Deutsche Handwerkskunst ist es auch nicht. Irgendwas Maintain Taiwan oder so. Gott, ey. Geht hier alles kaputt. So, äh. Spiel vorbei. Zu viele Versuche benötigt. Hä? Jetzt haben wir doch schon alle Kombinationen durch. Okay. Ist das blöd oder was? Oder reicht ihm vielleicht nur 2? Ne, ne, ne. Wir brauchen auch die anderen. Ja, aber jetzt ist das Teil kaputt hier. Wart mal. Nummer 6 hatte ich ja schon gemacht. Hat auch nicht funktioniert. Das ist jetzt kaputt. Ja, äh. Hä? Warte mal, das ist doch bestimmt doch hier drin irgendwo. Wo soll das denn runtergeflogen sein? Da ist doch ein Behälter drin. Das heißt, es muss doch hier irgendwo da drum rumliegen. oder ist es jetzt hier runtergefallen. Haben wir einen Ersatz? Wo ist denn, wo ist denn hier die Werkzeugkiste? Jeder normale Mensch hat eine Werkzeugkiste. Auf jeden Fall muss ich die andere noch zum Laufen bekommen. Ja gut, versuchen wir es nochmal weiterhin. Vielleicht habe ich irgendwas falsch. Wir haben 5 und 3. Gehen wir mit 2. 2 ist es nicht. Okay, nochmal. Och, ich Idiot. 5, 3, 6. Nein, auch nicht. Nochmal. 5, 3, 1. Auch nicht. So, jetzt haben wir wirklich alle Kombinationen durch. So, wir müssen mal eine sagen. Ich mache das hier falsch. 5, 3. Das ist es nicht. Das Okular sieht auch nichts. Wow. Tolles Teil. Hier in den Infos ist auch nichts. Hier ist nichts. Ich gehe nochmal hoch. Ist da oben noch irgendetwas? Ah! Das ist aufgegangen. Hochschiff, schiff, schiff, eine Ersatzbrennenkammer irgendwo her. Ja, hier. Da habe ich mich gerade an meine Erdnuss, die ich im Mund hatte, fast verschluckt. Äh. So, jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr euch an eurem eigenen Speichel verschluckt? Kruder Speichel hier. Oh, jetzt muss ich das noch füllen hier wahrscheinlich. Ich muss erst drehen. Natürlich muss man es erst drehen. Und so. So. Ähm. 5, 3, 4, 6. Nein. 5, 4, 3, 2. Dann ist es 1 und dann 6 wahrscheinlich. Ist es nie nebendran. Also. 5, 4, 3, 1, 6. Verdammt. Dann ist es doch nebendran. Eigentlich ist es immer hin und her. Was haben die Entwickler extra so gemacht? Damit man denkt, es ist immer hin und her. 5, 4, ne, 5, 3, 4, 1, 2, 6. So viel dazu, ja. Ich hätte eigentlich, das ist ja wie bei Matrix, blaue Pille, rote Pille. Theoretisch darfst du nicht das nehmen, was du nehmen würdest. Weil die Matrix weiß doch, welche Pille du nehmen würdest. Wenn ich sagen würde, ich würde ja rot nehmen, weil ja rot meine Lieblingsfarbe ist, muss ich eigentlich blau nehmen, weil ich muss ja gegen das nehmen, was die Matrix denkt, dass ich nehmen würde. Und da war es das gleiche. Der Entwickler hat sich gedacht, ah, der denkt wahrscheinlich, dass dann automatisch dann die 6. Reihe ist. aber nein, er wird es denken, aber eigentlich muss ich wieder umgekehrt denken. Denn die beweglichen Teile der Zeitmaschine laufen. Was nun? Ein Metallbehälter, welcher den Mechanismus über mir zu bedienen scheint. Okay, wir gehen hoch. Also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen roter und blauer Pille, das sieht aus, als ob es gleich explodiert wird. Nein, nein, das gehört so. Das gehört so. Glaub mir. Das muss so sein. Nee, nee, das gehört so. Ich glaube, ich würde, ich würde trotzdem die rote Pille nehmen. Einfach weil, weil ich einfach ich bin und einfach rot liebe. Ah, da ist der Hebel. Oder, oder wäre ich so schlau? Nee, dann hätte ich irgendwie Angst, dass dann irgendwie dann doch was falsch ist. Warum geht das nicht? Ah, okay. so, ich muss es jetzt irgendwie gleich machen, glaube ich. Machen wir es erstmal. Aber warum nimmt er dann drei Teile? glaube ich, ich kann es gar nicht gleich machen. Wie viel ist denn da bei dem Hologramm? Ich meine bei der Dingens da. So, so, so. Wir haben erst normal. Also treppenförmig eigentlich nur. Oba, falsche Taste. treppenförmig. Das heißt, ich gebe jetzt hier ein Teil da ab. Dann von da hier rein. Oh, nee, ist zu viel. Kann man nicht ein bisschen? Gib mir doch nur ein bisschen. Nicht viel. Ach, der nimmt immer das Ganze. Wenn ich es da mache, dann würde er das Ganze... Nee, würde er auch nicht. Warum hat er da jetzt nicht das Ganze genommen? Was ist, was ist da? Ich verstehe es nicht. Ach man, das ist wieder so ein Intelligenzding. Ah, das ist immer so verwirrend. Nehme dann davon, dann nimmt er da die Hälfte. Warte, 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 warte. Da kann, glaube ich, nicht mehr kommen, oder? Weil das hier so begrenzt ist. Kann ich das schieben? Die Rohre zum Zentralkank führen in den Metallring in der Mitte des Raumes. Rätsel sind auch nicht so meins. Echt nicht? Eigentlich sind ja Rätsel meins, aber je länger ich dieses Spiel Spiele, desto weniger graue Zelle bleiben übrig, habe ich so das Gefühl. Ah, hier. Da kann man doch schrauben. Ich sehe es doch. Ich muss treppenförmig das hinbekommen. Aber kann ich jetzt? Ne, der macht es komplett voll. so. 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 Treppenförmig Kann ich ja gar nicht Ich kann es doch gar nicht treppenförmig machen Weil Das eine hier Ich muss das doch hier irgendwo justieren können Und hier oben Ich sehe doch, dass man da was drehen kann Warum? Muss ich den Brief mir nochmal durchlesen Es war offenbar nicht unser Schicksal Und uns dieses Mal zu treffen Die Sonne geht bereits unter Auf dessen Haar Geht bereits unter Die Nacht bricht an Und ich fürchte, dass der Bote die Nachricht nicht überbringen konnte Wenn du jemals an diesem Ort kommst Und die Hinweise, die ich dir hinterlassen habe Genau beobachtest Wirst du das Zeittor öffnen können Das Okuli Tempus Erlaubt nur einen Blick in die Vergangenheit Aber in Verbindung mit dieser Maschine Kann man sie auch betreten Sie haben versucht Meine Maschine in ihren Händen zu bekommen Aber ohne Erfolg Deshalb werden sie dich benutzen wollen Um in die Vergangenheit zu reisen Und sie zu manipulieren Wenn du das Tor öffnen kannst Musst du schnell sein Ansonsten wird die Substanz explodieren Ich hoffe, wir sehen uns auf der anderen Seite Da Vinci Leonardo Da Vinci Hm Also es ist explodiert Deswegen ist es hier auch kaputt Es ist explodiert Also das Oben Sieht aus wie Begrenzer Die reingeschoben wurden Man sieht ja Dass die oberen Felder In den beiden Rechten Heller sind Aber was das Ja genau Das ist ja das, was ich meine Ich sehe ja oben Dass man da was drehen kann Das sind ja diese Begrenzer Ich kriege das gar nicht In der Sparte Die ich haben möchte Weil diese Begrenzer ja Das Begrenzen Deswegen dachte ich Ich muss die doch eigentlich Drehen können Um die Begrenzer anzupassen Aber nö Deswegen weiter rätseln Was können wir denn noch machen Deins komplett auch nicht Rätsel spiele Deswegen bleibt es an uns Wolf Nicht wahr Wir beiden Schlauköpfe Wolf spielt zur Zeit The House of Da Vinci Episode 3 schon Ganz gut Weil dann weiß er schon mal Wo die Fehler sind Die ich dann mache Aber natürlich Weiß er Ja gut Wenn er Episode 1 gespielt hat Äh Episode 2 gespielt hat Dann hat er 1 auch durch Dann weiß er ja eigentlich Wo hier mein Fehler ist Aber Aber er Er weiß es Er weiß es Ich kriege das Irgendwann mal Kriege ich das hin Und insgeheim Will er ja wahrscheinlich Dass ich es nicht Mitbekomme Weil da kommt die Strafe Und ihr wisst ganz genau Was mein Am Ende des Gebotes ist Wenn ich das jetzt Nicht schaffen sollte Brauche ich ganz genau Nur eine Folge Um es zu schaffen Ja ja Wir zwei Schlauköpfe Wir zwei Schlauköpfe Okay Was ist mein Lieblingssatz Okay Jetzt mal ganz logisch denken Oder ist es Umkehrt herum Umkehrt herum Umkehrt herum Umkehrt herum Der untere Regler Bestimmt Woraus gezogen wird Der obere Wo hineingeführt Richtig Ja Er wird oder Ja Aber ganz voll Alles geht nicht Weil zu wenig drin ist Genau Wenn ich von hier Entnehme Dann ist irgendwann Aber Babbel Dann ist leer Wart mal Was sind das Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Der nimmt halt gleich alles Das sind zwei Sind es vielleicht Wieder die 2, 4, 8 Ich glaube Es sind wieder Die 2, 4, 8 Kann das sein Aber wenn ich jetzt Davon Wegnehme Dann ist halt Alles voll Wenn ich das jetzt aber Hier rein mach 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Und davon jetzt Oh holy shit Dann ist es so ein dummes Umschicht Materie Ja ja genau Das ist das was ich ja Von Anfang an schon Befürchtet hab Wo ich ja gemeint hab So jedes Mal Wären meine grauen Zellen immer weniger Jetzt müssen wir das halt Umschichten Dass wir auf die richtige Zahl kommen Gott wie ich das Liebe Was ist wenn ich das jetzt Hier rein mach Dann kann ich ja von hier Nach da Und dann von hier Nach da Jetzt haben wir 3 zu viel 6 zu viel Gott muss es alles gleich sein Glaube ich Oh man Das krieg ich doch niemals hin Wenn das jetzt da kommt Oh Gott Da muss ja nur ein Teil Ein formales Teil Muss jetzt da hin Das kriegt man nicht Das kriegt man nicht Ich kann es Rammel voll machen Es bringt mir ja nix So Dann haben wir das gleiche Problem Ich glaub nicht Dass man das Wie kann man jetzt Die einzelnen teilen Udin Was sagst du so als Gipser Udin schläft schon wieder Da brauchen wir einmal seine Hilfe Und dann schläft dieser Kater Du hast den ganzen Tag geschlafen Wirklich Ich geschafft hab hier Und diese Feldstruktur Amaledeite Krude Feldstruktur Gemacht hab Vor allem Seit Tagen Mache ich an dieser Feldstruktur rum Und heute Spontan heute Ist mir eingefallen Nö Eigentlich möchte ich es ganz anders haben Ich hab wirklich den ganzen Tag Von Vormittag Bis Abend Bevor ich gestreamt habe Nur damit verbracht Die Feldstruktur So anzupassen Dass ich sie okay finde Ich bin eigentlich schon längst fertig Ich könnte sie jetzt alle an die Wand knallen Bis auf vielleicht ein paar Aber morgen darf ich jetzt dann nochmal Bevor es zum Geburtstag geht Erst mit dem weitermachen Was ich eigentlich heute vorhatte Super Aber nun gut Wie kriege ich das jetzt geteilt? Oder sind es vielleicht doch Zwei, vier, acht Weil dann wäre es Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Geht es überhaupt? Acht, zwei Sind zehn, vierze Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Neun, zehn, elf, zwölf Sind nur zwölf abteilen Also Zwei, vier Zwei, vier, acht Kann gar nicht funktionieren Weil da brauchen wir Vierzehn Soil Äh Vierzehn Stände Und wir haben hier Ähm Wie gesagt Nur zwölf Also Zwei, vier, acht Ist schon mal obsolent Haben wir schon mal abgehakt Ich glaube Nämlich Wir müssen das Balancieren Wie will man das Balancieren? Das geht gar nicht Achso, doch So, oder? Ach nee, doch nicht Ich hab gerade gedacht Ich hätt's geschafft Wart mal Wart mal So Jetzt die zwei rüber Was, wenn ich das so mach? Ich hab hier drei Hier muss eins Und da muss zwei rein Ich brauche Was? Hier muss eins Und da muss zwei rein Und den muss ich jetzt hier Ein bisschen Ähm Ein Schnuff wegnehmen Wie? Ah Hä? Mal, Kind Ja, scheinbar Äh, äh Geschafft Es muss gar nicht Ausbalanciert sein Okay Wow, jetzt haben wir eine Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ach, das ist die Und tschüss Und der Assassine Kommt mit Nachdem ich durch Düstere Felsen Gewandelt war Kam ich zum Eingang Einer großen Höhle Zwei gegensechtliche Emotionen kamen in mir auf Angst und Verlangen Angst vor der drohenden Dunklen Höhle Und das Verlangen Zu sehen Ob es irgendwelche Wunderbaren Dinge Darin gibt Wir haben es geschafft Ich habe mein Gebot Gehalten 15 Folgen Der House of Da Vinci Episode 1 Geschafft Holy Moly Gerade noch so Geschafft Ich meine Ich war die ganze Zeit der festen Überzeugung Dass ich das Ausbalancieren muss Diesen Diesen Pegel Aber wenn wir Wenn wir Wenn wir ganz genau Überlegen Haben wir es ja In diesem Eine Zeit Dingens Ja gesehen Oh, es geht weiter Der Assassine Ne, das bin ich Das Okulu Dingens Da ist kaputt Okay, was machen wir jetzt Sind wir aufgeschmissen Scheinbar Das Spiel ist beendet Glückwunsch Du hast The House of Da Vinci Beendet In 6 Stunden 2 Minuten Und 54 Sekunden Wie Meister Leonardo Da Vinci 1 sagte Kunst ist nie beendet Nur ruhend Wir versprechen Dass wir weiterhin Kunstvolle Spiele Entwickeln werden Unser gemeinsames Abenteuer Hat gerade erst Begonnen Genau Es hat gerade erst Begonnen Wir starten jetzt Dann demnächst Machen wir heute noch Ah ja komm Eine Folge geht noch Wir fangen direkt Dann mit Episode 2 an Wir haben es geschafft Ähm Ich würde sagen Das schreit nach einem Achievement Immer wenn wir Ein Spiel durchgeschafft Brauche ich ein Achievement Einfach so Einfach für mein Ego Falls ich mir selber Irgendwann nicht glaube Habe ich wirklich Dieses Spiel Ernsthaft durchgeschafft Dann habe ich Diesen Achievement Wolf Ich bitte dich Geben sie mir Ein Achievement Oder Kraut kann mir Auch ein Achievement Gegeben Ihr könnt mir Alle ein Achievement Geben Ihr habt alle Ähm Die Die freie Wahl Die Macht dazu Und ich freue mich Genauso wie Rongos Wir haben es geschafft Nach 6 Stunden Die erste Episode Durchzuschaffen Ich bin Gehypt Auf Teil 2 Nach dem Achievement Den ich jetzt verlange Aber sowas von hier Denn ich habe das verdient Nach 6 Stunden Wolf gibt dir 1 Einschaltungszeichen Einschaltungszeichen Los Los Wolf 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 Komm schon Ja er muss sich jetzt Wahrscheinlich jetzt In ein Ein wortgewandten Ähm Äh Titel jetzt Ausdenken Ich sehe schon Seine Seine Ähm Wie heißt es Sein Druck Steigen Oh oh die wollen jetzt Die wollen jetzt Progressy haben von mir Denkt er sich jetzt Ich vertraue darauf Dass der Wolf Immer Gutes Einen guten Titel parat hat Ich meine Guck dir nur Da Vinci an Wie schön er da schaut Er wartet auch Uns ist nie beendet Nur ruhend Knallroter Kopf Knallroter Kopf Ja So stelle ich mir Wolf vor Während er für Frankfurt Eintracht singt War ja letztens Mein Guest Dass ich mir vorstellen kann Dass Wolf so ein Fußballfan ist Der Äh Den Song Singen kann Aber in Wirklichkeit Ist es ja Kraut Die für Frankfurt Eintracht ist Keine Ahnung Ich bin kein Fußballfan Ich bin da nicht Into In diesem Business Er überlegt sich jetzt Wahrscheinlich was Feines Da bist du raus Mit Frankfurt Eintracht Ich auch Keine Ahnung Für Eintracht stehe ich auf Einschaltungszeichen Einschaltungszeichen Na klar Kraut und Fußballfan Hätte ich jetzt nie gedacht Gerade Vollblockade Einschaltungszeichen Einschaltungszeichen Fußball allgemein Ja da bin ich auch raus Da singe ich so Wie der Typ neulich Das hätte ich gerne gehört Gibt es irgendwann die Möglichkeit Wenn wir irgendwann mal In ferner Zukunft Lassen wir den Wolf mal kurz Bisschen Zeit zum überlegen In ferner Zukunft Habe ich ja gesagt Dann werden wir irgendwann mal Einen Roadtrip machen Wir alle gemeinsam In einem VW-Bus Und dann wird Kraut für uns Mit der Gitarre Ja mit der Gitarre Frankfurt Eintracht Hymne singen Oder keine Ahnung was das ist Während White Fox Fotos macht Und Rongos Rongos Schatten Was könntest du anbieten Was kannst du Kannst du gut kochen Vielleicht könntest du Was schönes für uns kochen Wolf ist sowieso Mit seiner strahlenden Labrüstung unterwegs Was mach ich Ich versuche gut zu singen Denn ihr glaubt es mir Dann immer noch nicht Rongos kann Kann gut kochen Oh geil Das wär auf jeden Fall Nadja mit ihren Roten schönen Haaren Natürlich ist Zivis Frau Auch am Start Natürlich Rongos Unterstrich Schatten Singst du gut oder so Dann singen wir halt alle Wir singen alle dann Irgendwann mal In ferner Zukunft Werden wir das machen Das wird dann so ein Community Event Ja So stelle ich mir das vor Wär schon nice Wenn man überlegt Es gibt ja solche Ähm Möglichkeiten Singen Ich komm unter der Dusche Nicht mal zum singen Es gibt ja solche Organisation Oder halt Zusammenkünfte Dass man wenn man nicht Alleine reisen möchte Ach nö Dann lass mal Dass man wenn man nicht Alleine reisen möchte Dass man auch mit anderen Reisen kann Und dann quasi Ja In eine Gruppe Gesteckt wird Mit fremden Leuten Gleiche Altersklasse Und so Gleiches Interesse Und so Das gibt's ja schon Und warum sollte es Dann nicht möglich sein Einfach so im Stream Leute zusammen zu treffen Und einfach gemeinsam Irgendwie Urlaub zu machen Ich sag nur Weil Kraut möchte Ja auch gerne mal Und ich möchte gerne mal Wieder Nach Island Ich mein Island Ich mein Island ist halt Ein teurerer Spaß Muss man schon sagen Aber halt nur einfach So ein Gedankenspiel Wir alle zusammen Nach Island Roadtrip Schön Die Golden Circle fahren Oder vielleicht sogar Die ganze Golden Road fahren Das wäre halt echt Ein Traum Ich möchte echt mal Wieder nach Island Also definitiv Irgendwann mal Ob es nächstes Jahr wird Weiß ich nicht Stehen schon andere Urlaubsziele Wo kommst du denn her Ich komme aus Süddeutschland Baden-Württemberg Wir sind schon Ohaha ja Also dahin nimmst du mich mit Definitiv Werden wir auf jeden Fall Oder ich freue mich Auf jeden Fall Wenn ich da Diesmal mit jemand Mit anderen zusammen Nach Island Fahren Nicht nur alleine Alleine ist halt auch schön Aber Ich freue mich halt immer Wenn ich irgendwo bin Und Leuten halt irgendwie Was zeigen kann Schottland wäre Oh ja Schottland Da hast du auch Da habe ich jetzt Gerade zufällig Bei Instagram Bekomme ich ganz viele Eindrücke Und Inspirationen Im Vergleich zu Island Und Schottland Ja Und Schottland steht auch Auf meiner Liste Das könnten wir eigentlich Auch machen Schottland ist sogar Glaube ich Sogar kostengünstiger Als Island Island ist schon Recht teuer Nicht nur das Land Ist teuer Sondern auch Der Flug Wenn man nicht Wenn man nicht Früh genug bucht Dann ist das schon Recht teuer Der Flug Aber Schottland Da das ja quasi Unternachbar ist Sollte durchaus Möglich sein Kann ich mir auch Ganz gut vorstellen Und ich glaube Das schafft man auch In einer Woche Roadtrip Schön die Pubs besuchen Oh ja Das wäre echt schön Ja Boah ich sehe Ich sehe es jetzt schon kommen Ich spüre schon Irgendwie so einen Hauch Dass wenn wir das Irgendwann machen In ferner Zukunft Ich so oft Die Krautschelle Nackenschelle Auf Doom bekommen werde Definitiv Ich habe hier schon Ganz viele Bilder Auf Insta von dort Schottland ist Vergleichsweise Extrem günstig Ja Im Vergleich schon So Wolf Komm Hau mit's mal raus Ganz Ganz schnell Jetzt mal Ein Achievement Hier die Folge Die Folge ist schon lange Vorbei eigentlich Schon vergessen Dass ich noch keine Atemmoderation gemacht Aber ich möchte jetzt Noch ein Achievement Komm schon tu es Tu es Komm Wolf Oh ja Mir schmerzt die Hand bereits Ich würde aber eher Drei Wochen machen Zwölf Tage waren Letztes Mal relativ knapp Boah drei Wochen Urlaub Ob ich das hinbekomme Theoretisch schon Aber ich liebe es Im Verlauf des Jahres Mal so ab und zu Mal so Urlaub zu haben Wenn ich jetzt Drei Wochen reinballer Sind halt mal gleich 15 Tage weg Also die Hälfte Mit Brückentag Würde es aber Eigentlich gehen Wir halten es Mal im Hinterkopf 2024 Hab ich ja gesagt Das wird unser Jahr Leute Das wird unser Jahr Komm Wolf Los Komm Wir glauben an dich Einfach es muss auch Nicht irgendwas Extrawackerndes sein Beim nächsten Mal Wir wissen auf Knopfdruck geht das Geht sowas halt echt schwer Ich erwarte echt Zu viel glaube ich Einfach komm Irgend komm Irgendein Zitat von mir Komm Hau raus Wolf komm Aua ja Das ist das Gute An meinem Job Wenn meine Frau Auch so arbeiten könnte Könnte ich einfach Remote von Oh ja das stimmt Das wäre genial Das stimmt Homeoffice Ist halt echt Gold wert Also du Für dich ist es halt Einfach kein Urlaub mehr Weil du schaffst einfach Dort On the way Ich meine Einer von uns wird dann fahren Dann kannst du halt schön Währenddessen Deine paar Stunden arbeiten Während der Fahrt Notfalls Holen wir Starlink Der Wolf Ja irgendwie Ja schon Irgendwie Also es ist viel Druck Drauf Normalerweise kommt es So rausgeschossen Aber heute Da hat der Wolf Ein bisschen Angst Wolf stell dir mal vor Ich würde jetzt hier Hier du also Deine ähm Deine Schultern massieren Was machst du genau Beruflich Trägt der Rongors Wolf komm Ich massiere jetzt mal Deine Schultern Jetzt hau mal Jetzt beruhig dich mal Atme tief Tief ein und aus Was kriegst du hin Komm schon Wahrscheinlich Wolf versucht jetzt Gerade irgendwie so Was richtig cooles Drauf zu suchen Und geht jetzt quasi Das Internet durch Ähm Ich bin technischer Redakteur Für ein Softwareunternehmen Das geht Von überall Das ist halt echt nice Und nebenbei Ja okay dann Kraut Dann übernimm du das mal Bitte Und äh White Fox Ist unter anderem Auch ein Ein genialer Fotograf Muss man schon sagen Seit Zu lange Ja okay Warte warte Wenn jetzt meine Hand ist So okay Ist ja schon weg Wie macht man Achievements Ähm Ausrufezeichen Achieve Achieve Ja Achieve Leerzeichen Und dann den Text Maximal Äh was waren's 35 Zeichen Glaube ich Kannste machen Und dann gönnst du mir Mit den Klärpunkten Unabhängig von den Kanalpunkten Die Klärpunkte Sind quasi Externe Punkte Die nichts mit den Kanalpunkten Zu tun haben Kannst du mir Achievements schenken Ausrufezeichen Achieve Also A-C-H-I-E-V Leerzeichen Und dann der Text Den der Titel haben soll Und ja also äh White Fox Auch Seitdem Wir kennen uns ja schon ewig White Fox und ich Und äh Die Fotografie hat ihn immer begleitet Bis heute noch Finde ich halt echt geil Der Krude Vielen Dank Krude Cool dass ich's in 6 Stunden Geschafft hab So Jetzt machen wir mal Die Abmoderation Und dann starten wir Glaub Ja komm eine Folge geht noch End new episode End new episode Wir haben's geschafft Leute Der House of Da Vinci In 15 Folgen Durchgeschafft In 6 Stunden Ins genau Äh Ins geheim Äh ganz genau Irgendwie Krude Krude Dinge sind hier am laufen Ich hab's nämlich geschafft Und das freut mich Denn jetzt können wir mit Ähm Da Vinci Ich seh grad dass Da Vinci Falsch geschrieben ist Im Spiel Ist Da Vinci Falsch geschrieben Ja gut kann mal passieren Ähm Starten wir jetzt durch Mit Folge 16 Mit Ähm Da Vinci Episode 2 Ein neues Gebot folgt Ein neues Gebot folgt Aber wir schauen beim nächsten Mal rein Ich hoffe ihr seid dabei In diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Euer Fox Fox out Fox out Hat euch das Video gefallen Dann lasst ein Like Dann lasst ein Like da und abonniert den Fox See yous Hh 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 Untertitelung des ZDF, 2020